Hallo liebe Slotka Hobbyfreunde, heute ist der erste Teil, der mit den Leitplanken gewidmet ist. Heute machen wir so eine Leitplanke, das ist jetzt hier eine einstellige Leitplanke, wir machen aber eine doppelte Leitplanke, weil unser Ziel ist es, jetzt hier die Kurve, die Campbells Kurve, also da wo Campbell am meisten rausfällt, jetzt mit einer guten Leitplanke, also einer doppelten Leitplanke zu versehen. Hier seht ihr, wie stark die Abflüge waren. Wir werden schneiden, wir werden kleben und wir werden natürlich sprühen und malen. Bitte abonniert meinen Kanal, weil der zweite Teil wird über die Leitplanken, die so aussehen, die man an jede Carrera-Bahn anbringen kann. Also bis dann! Also was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist natürlich die Vorbereitung von den Materialien. Was gebrauchen wir dazu, um solche Banden, Leitplanken zu machen? Also ein sehr einfaches Stromkabel. Der Stromkabel ist mit drei Leitern versehen und hier seht ihr, dass meine Kamera nicht so gut fokussiert, aber einen Moment, so jetzt, jetzt sehen wir, dass es die drei Leitern hat und zwei gleich nebeneinander, die andere dritte ein bisschen weiter weg. Das sieht dann sehr gut aus bei der Leitplanke. Hier könnt ihr verschiedene Stärken, also dicke nehmen. Ich habe das dickeste Stromkabel genommen, den werden wir gleich ausgleichen. Aber bevor wir das machen, nehmen wir noch eine zweite sehr wichtige Sache, sehr wichtige Materialien. Also das ist das Plastikrohr, aus dem wir die Pfosten machen werden. Es ist wichtig, dass es ein Rohr ist und keine Stange. Hier werden wir nämlich die Schrauben reinbringen, die uns das Ganze dann auf der Bahn halten werden. Hier noch eine kurze Information. Das, was ich genommen habe, ist 0,7 Millimeter Durchmesser. Und das kann man sehr einfach in einem Baumarkt kaufen. Meistens ein Meter oder mehr. Wir werden das Ganze jetzt so ausbiegen, damit das jetzt alles gerade ist. Das müsst ihr dann sehr gut machen, damit wir eins nebeneinander legen können. Und hier eine wichtige Anmerkung. Ich habe dann, meistens nehme ich das so, dass die zwei Leitern, die ihr da seht, oben liegen und beim anderen Kabel unten liegen. Das mache ich dann alles zusammen. So, hier habe ich mir mit einem Marker einfach markiert, wo bringe ich die Pfosten an. Vorne starte ich mit 7,5 cm und der Abstand zwischen den Pfosten ist 15 cm lang. Das habe ich von der Erfahrung aus so ausgetestet. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Autos, die haben wirklich eine große Kraft, wenn sie dagegen ballern. Und die Bande muss das aushalten. Noch ein guter Tipp. Wie bringen wir die zwei Leitern zusammen, damit die nicht verrutschen? Einfach abkleben. Hier könnt ihr das natürlich vor den Markierungen, das ganze Abkleben der zwei Leitern machen. Ich habe das früher auch so gemacht. Leider habe ich dann die Markierung auf der Klebewand manchmal angebracht. Also jetzt mache ich das so. Ich markiere es erst und dann klebe ich ab. Jetzt werden wir uns mit dem Pfosten beschäftigen. Also hier haben wir so einen Pfosten, den nehme ich normalerweise ungefähr 4 cm lang. Und den werden wir hier anbringen. Ein bisschen muss er nach oben sein, aber das meiste ist dann am unten. So, hier nehme ich dann diese 4 cm, markiere ich mit dem Marker und wir werden hier das Röhrchen mit einem Dremmel schneiden. Das könnt ihr aber auch ganz ruhig mit einer normalen Metallsäge schneiden oder einem Cuttingmesser. Am besten ist der Dremmel. Also ran an den Schneider. So, jetzt kommen wir zur nächsten Etappe, zur dritten Etappe und das ist jetzt das Ankleben von den Pfosten an die zwei Leitern. Wir haben hier sechs Stück Pfosten und das machen wir mit einer Halsreißklebepistole, die glaube ich jedermann schon fast hat. Wenn nicht, dann ist es sehr einfach und billig im Baumarkt zu kaufen. Wie ich das mache, ich bringe zuerst ein bisschen Klebe auf die Markierungen, die ich früher gemacht habe, damit ich die Pfosten ruhig anbringen kann. Der Pfosten muss ein bisschen über die Leiter schalten. Ich bringe hier so an und hier ist eine sehr wichtige Sache, wie bekleben wir das. Also ich habe das früher probiert mit ein wenig Klebe, so wie hier. Ich dachte, das hält. Leider ist die Kraft der Autos wirklich stark. Also wir müssen so viel wie möglich Klebekontakt schaffen. Deswegen bitte beklebt das, befließt das mit dem Klebe wirklich stark. Also wirklich viel Klebe nutzen, keine Wange. Das werden wir dann später bemalen und sowieso ist das, sieht man nicht, weil das zum Berg schaut. Das ist das, was wir machen. So, ihr könnt dann noch die Stellen zwischen den zwei Leitern mit Klebe ausfüllen, aber das ist natürlich nicht erforderlich. So, jetzt kommen wir zur Bemalung. Aber bevor ihr das bemalt, bitte vergesst nicht, das Klebeband abzunehmen, weil sonst habt ihr da drunter keine Farbe. Ich habe hier eine normale Metallic Sprühdose genommen. Das ist auch verhältlich in jedem Baumarkt. Bevor wir das sprühen müssen, müssen wir natürlich die Dose sehr stark rückeln, damit die Farbe sehr gut sich vermischt. So, und jetzt kommen wir zum Sprühen einfach. Das macht wirklich Lust, aber denkt immer dran, ihr braucht wirklich viel, viel Papier drunter. Ich habe schon im Waschzimmer schon meinen Fußboden bemalt, weil ich zu wenig Papier genommen habe. Und das sprüht leider heftig rumherum. Und natürlich stinkt es ja, also sehr viel Lüfte. So, und eigentlich ist schon unsere Leitplanke fertig. Sieht ziemlich gut aus. Wir müssen sie noch an die Bahn anbringen. Und wir bringen sie an, indem wir sie einfach anschrauben. Also die Schrauben müssen ein bisschen länger sein, 50 Millimeter hier. Es liegt davon ab, wie lange große Pfosten ihr gemacht habt. Also wie viel die jetzt in die Platte reingehen müssen. Wenn ihr jetzt die Bahn nicht in die MDF-Platte eingelassen habt, dann könnt ihr das auch in die Bahnteile einschrauben. Hier ein bisschen Achtung, wenn das Plastikteile sind, dann können die schon ein bisschen brechen. Also am besten ist es, die Leitplanke und die Schrauben in die Platte einzuschrauben. Wenn ihr dann den Layout von der Bahn ändern wollt, könnt ihr immer die Leitplanken ausschrauben. Also ist nicht super mobil natürlich diese Lösung, aber kann man sie auch ändern, weil die Schrauben einfach abgeschraubt werden können. Das sieht ziemlich gut aus. Das ist schon das Ende. Abonniert den Kanal und als nächstes beschäftigen wir uns mit den Leitplanken von Plastikleitplanken. Also bis dann und ciao, wir sehen uns auf der Rennbahn.